Lasst uns Zombies töten. Ups, essen sollte ich schon etwas. Mahlzeit, gar nichts. Komm schon, was war das überhaupt? Hallo. Hello. Junge Mann. Nicht von hinten, nicht von vorne. Oh, sehr gut vorbereitet, der junge Mann. Hallo und herzlich willkommen zurück beim täglich Blutmond. Ja, wie war es? Blutmond Nacht, haben Sie mir die Fresse poliert? Oder da haben Sie gar nicht lange gefackelt? Kam nicht mehr weg. Gleich mal ein paar... Oh, wow, da geht es gleich richtig zur Sache. Da kann ich nicht mehr viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Hallo. Ja? Ja, was machst du hier? Das ist nicht gut. Gehst du weg? Lass dich töten. Halt, Grundi. Wo bist du? Aha. Da will die Säule killen. Gehst du weg? Halt, dann nehme ich dich. So habe ich es gerne. What? Der Geier? Wo ist der Geier? Oh, Wund. Oh, lad doch schneller. Geht das schneller? Jawohl, so ist gut. Yes. Was war das? Wo ist der Geier? Da war doch was Schnelles. Uh, hallo. Oh, das sind mehr als so einer. Geh jetzt weg. Oh. Wenigstens einer. Oh, ah. Nicht runterfallen. Nee, nee, nee. Ja, komm her. Dreckfächer. Ich hasse die. Halt, 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 Plotti. Oh, 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 oh. Cool. Hey, das Ding taugt. Lass mal die Säule in Ruhe. Lass die Säule in Ruhe. Mensch. Echt unmöglich, oder? Ach so, ich sollte mal den Verband nehmen. Kann ich das? Ja. Hey, yeah. Und Essen? Katzenfutter, Hundefutter. Komm jetzt, mach. Lass mich runter. Yes. Komm, kriegst noch eine. Halt, mach mal langsam. Nein. Uh, halt, ich schneller. Nein. Echt. Besser gleich nachladen. So. Oh. Hallo. Die wollen mir meine Bude zerstören. Das ist alles. Ja, schön in die Birne. Immer schön in die Birne. Jawohl. Sehr gut. Gut. Super. Komm. Ja. Oh. Mach mal halblang. Junger Mann. Oh. Komm, ich schieße dir. Und war ein Lauf weg. Jawohl. Oh. Rats, 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 Rats. Kommt das ganze Volk angelaufen. Nicht schon wieder. Oh, die Leiter ist weg. Ich bin bald tot. Oh, yeah. Mir geht das Licht aus. Ja, geil. Die Nacht Nummer zwei. Ich sollte halt nicht runter gehen. Aber. Das macht halt Spaß. Ja, super. Okay. Und wieder einmal haben sie mich erwischt. Zwei Nächte in Folge. Oh, yeah. Mal zwölf Uhr. Übel, übel. Ja, das ist übel. Was gibt's da? Ach. Schade. Habe ich Mist gebaut. Aber richtige Mist. Ja. Ich müsste mehr nachladen. Und dann einen Aufgang machen, den ich auch treffe. Ja. Das ist halt blöd. Hammer. 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 Hammer, Hammer. Am Start. Dann. Pflastersteine. Ein bisschen Holz. Jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's echt Zeit mit Betonmaschine. Was brauche ich da? Missing. Habe ich genug? Blei. Ja. Das bringt alles nichts. Die habe ich vermasselt wieder einmal. Naja. Es wird besser. Liebe Leute. Es wird besser. Blei. 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 Ich gehe mal reparieren. Ah. Ja. Tu. Oh Gott. Das tut gut. Das tut gut. War's das? Ja. Hallo. Was ist alles? Was fehlt da? Beton. Ah ja. Okay. Auch kein Eisen. Muss ich Eisen holen. Ja. Bringt mir alles nichts. Ich werde mir ein Käfig bauen müssen, damit ich unten reinstehen kann. So. Eisen. Hermit. Ah. Da habe ich doch genug. Hau rein. Einen Käfig. Ja. Auf jeden Fall. Das geht so nicht. Drei Stück. Ich hoffe da kommt noch was. Ansonsten. Könnte ich mir schon. Ja. Anfangen. Muss ich nochmal hoch gehen. Ach. Da habe ich noch mal. Da. Hallo. So. Auf. Locker. Locker. Und das nehme ich doch glatt. So. Hm. Wie mache ich das mit dem Käfig? Gehe ich da rein? Ja. Oder? Das mache ich. Also hier habe ich ja schon den Anfang. Mit der Säule. Das heißt, ich muss hier runter. Jetzt hoffe ich nur, dass mir das nicht gleich wegpletzt. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Ich brauche die Betonmaschine. Geht ja so nicht weiter. Das kann nicht so weiter gehen. Okay. Da hätte ich dich so da vorne nehmen. Nicht da hinten. So. Es geht nur mit Beton. Okay. Ich werde trotzdem noch ein, zwei Tage weitermachen. So. Dass ich die. Den Schraubenschlüssel noch habe. Zum Sachenfarmen. Aber dann muss ich los. Und muss eine Betonmaschine machen. Und die Werkbank. Das hat keinen Wert. Das kann so nicht weiter gehen. Unmöglich. Da lose ich jedes Mal ab. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, 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 nee. Nee, du. Nö, nö. So geht das nicht weiter. Aber wenn ich jetzt hingehe. Und mir. Eine Werkbank krafte. Damit ich loslegen kann. Dann habe ich Schwierigkeiten. Gute Sachen zu bekommen. Komm. Hallo. Mann, Mann, Mann. Achim. Echt. Wie kann man so blöd sein? Das ist doch wieder typisch, oder? So was dummes. Ja. Gibt es da noch eins? Sehr gut. Ich muss aber wieder rauskommen. Wenn das Gewiese vollkommt jetzt, komme ich nicht mehr raus. Sehr gut. Läuft trotzdem. Na ja. Gewisse Risiken bestehen ja immer. Sag ich mal. Aber. Hallo. Ach so. Ich wollte. Ich wollte es, äh, 6000 Bucks zusammenbekommen, damit ich die Werkbank kann kaufen beim Händler. Ja. Ist auch eine Lösung. Hier muss ich halt zumachen mit Holz die nächste Nacht. Sonst zerstören sie mir die Säule. Wenn ich so einen Kaffee schlürfe. So, tolle. Hoch mit dir. Komm, komm. Bring dich an. Junge. Wie sieht es aus? Koffi. Weil ich verpeilt bin? Nee. Nee, 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 nee. Kommt schon. Hab der Barmen mit mir. Oder so ähnlich. Nur. Aber wenig. Dann würde ich sagen, ich gehe los und suche Material, so viel wie möglich, damit ich dem Händler Kohle um den Mund schmieren kann. Rezept zerlegen. Wie kann ich die reparieren? Hä? Warum geht das nicht? Ägypten. Warum kann ich die nicht reparieren? Okay. Egal. Nicht lang schnacke. Die vier haben wir, den brauche ich dann für die Werkbank, falls ich es selber machen muss. Also, zweieinhalb, fast drei habe ich schon am Start. Mach hin, dann bekommst du das schön zusammen. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Hau jetzt ab. So, wohin? Wo war ich noch nicht? Abholen. Und da hinten gibt es neues Material. Das beste wäre, ich baue jedes Auto ab. Habe ich da alles abgebaut? Warum? Wer wagt das? Wo? Ach so, im Gebäude. Ich dachte gerade schon. Oh, was haben wir da schönes? Oh, ganze Knochen. Abgeschlutzt. Oh, hallo. Lady. Lady. Ah, Punkte sammeln. Hallo. 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 Kann ich dir helfen? Ja. Bleibt liegen. Bleibt liegen. Sehr gut. Nächste. XP. Sehr gut. Und hier gibt es auch noch was. Das ist positiv. So. Ich baue euch auch ab. Euch auch. Hallo. Hey. Hey. Blondie. Blondie. Halt. Bo 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 bo. Blondie. Ooh. Ich wollte nur Material besorgen. Wieso gibt es da nichts? Ah, da gibt es auch Bücher, 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 ich glaube es gar nicht. Da gibt es einen Bauplan, Stacheldraht, Mutt, wow, 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 für meinen. Jawohl, sehr gut, langsam, hey, 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 tsch, 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 tsch. Hey, mach mal halblang, Miststück, gib mir dein Fett, kein Fett, gerade. Rotte, der Lüfte. Hm, nee. Ja, super, cool, am Ende. Oh, oh. Oh, oh. Oh, du bist halt noch sauber. Hallo? So. Mach mal langsam. Warte mal, Rambo Jump. Sehr gut, Volltreffer versenkt. Ja, Kunststoff gibt halt auch im Endeffekt Material und Kohle. ein bisschen besser aufpassen. Aha, dann müsste ich jetzt das nehmen. Alles zerlegen. ein paar Steine schmeiß ich weg, die Gläser auch, die Lumpen auch. Oh, hallo, Carly. Okay. Noch jemand? Okay. Wenn du alleine bist, dann machen wir das zu zweit. Alles klar. Ja. Niemand da? Niemand da? Habe ich dich gestört? Oh. Bleib liegen. Hopp. 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 Ah, die Pike ist genau richtig zur Munitionsspare. haha, die kann man sehr gut kaufen kann. Oh, hochgeschwindigkeit. naja die kleinen freunden doppelpack könnt ihr hintereinander stehen das ist gut 10 eisen hallo 9 uhr 24 halt da oben war doch was ja schneitenschlägerei bombenwurf kräftiger springender angriff werfen deine gegner im ton wahrscheinlich zu boden halt moment das muss ich testen das geil du kleiner scheißer nächster bitte ok hat mir aber noch einer reingezimmert gerade wo bist du hallo hier mache ich es ganz zart bleib liegen sehr gut spart sehr gut munition hallo hört das nicht auf hier ok super halt ich kann ja einen punkt vergeben für schlagringe moment wo ist das auf bolt ich glaube das ist oder ja wow yeah hehehe 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 ok gute Nacht hehehe hehehe sehr gut so wie sieht denn das aus wie viel kostet das 900 200 ja kommt was zusammen ich denke die 6000 kriege ich zusammen da kann ich die den schraubenschlüssel behalten weil der ist mir einfach zu wichtig ich weiß sobald ich die werkbank habe werde ich einen schraubenschlüssel finden einen zweiten oder oder das ist normal aber um dem ganze jetzt trotzdem jetzt den drive zu geben ist das besser ok ok komm die wunderkiste noch öffnen tada was kann ich da machen Rezept gar nichts weil ich noch nichts habe hier noch no oh no 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 nein nein jedes mal nein nein oh nein das ist doch traurig oh ne kommt die kuh noch ooooh 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 ja bin ich erschrocken ich bin leicht erschrocken also mehr als leicht Mensch halt doch da im Fressbrett halt halt doch der Schnappel wo ist denn die wo ist denn die jetzt gibt es Fett ohne Ende oder nur Knochen alles klar super da bleibe ich am besten stehen wow da bleibe ich am besten stehen heuerlich da kommt einiges zusammen hey hey was soll das hey langsam Junge ha 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 geil ah nix mit sparen ne ok weil du es bist und du nachladen nicht vergessen machen so sehr gut sehr gut ich gehe zurück ich gehe zurück jawohl jawohl nein so ist nein jetzt oh Gott ganz knapp das sieht doch alles gut aus weiß gar nicht warum dass ich mich ständig beklag 2 9 crop 3 3 4 5 da komme ich schon langsam jetzt in die Richtung ein Pinsel brauche ich nur die brauche ich auch nicht ich werde mit der ich kriege die Bergbank sobald ich aber nicht aber komm ich brauche das Fahrrad ich brauche die Bergbank brauche ich das geht nicht mehr das hat keine Kuhzunft es sei denn ich komme jetzt vor und oh hier geht es vor und er sagt zu mir hallo ich habe eine Ranch für dich du Idiot what kann alles sein ne wollen wir noch ein paar zuteile nicht dass ich zu wenig habe die 10 10% ja die brauche ich jetzt das macht ein Mensch das macht 600 aus die brauche ich unbedingt lass mich raus ich bin sauer ich brauche die 10% wo kann warten ah da hinten steht da einer glücklich appreciation sicher ja war war wo wo war ja glück muss man haben Jo, guter Sound, alter, ein guter Sound. Ah, du weißt mir das nicht, ne? Warte, zeig mal her. Was war das? Wo war das? Wo war die Bergbank? Oh, pass auf, ich habe einen Deal für dich. Ja, halt das Maul. Guck an. So, 5, 4, gib her. Jawohl. Da, da. Oh, da machen wir langsam. Oh, mal das, was man nicht braucht, unbedingt. Wird knapp. Wird knapp. Oh, 30, hä? Ne. Die behalte ich. Die nehme ich auch noch mit. Ja, peace, ja. Echt? Halsabschneider? Wow. Das ist gut. So. Okay. Ich glaube, ich sollte, ich komme nicht mehr weg. Ich sterbe. Ah, nein. Na. Dann Mahlzeit, Jungs. Jungs. Das war's.